Nach den Reihen Again und Maxton Hall. Jetzt die neue atemberaubende Liebesgeschichte von Mona Karsten. Manchmal denke ich, dass ich es eigentlich nicht verdient habe, so weiterzumachen wie bisher. Ich sollte den Erfolg genießen, den wir haben. Aber an vielen Tagen fühle ich mich einfach nur fertig und versuche irgendwie zu überleben. Ich wünschte, wir wären nicht durch einen Bildschirm und die unzähligen Meilen getrennt. Ich wünschte, ich könnte dich in den Arm nehmen. Eine Welt zwischen uns und doch nur einen Atemzug entfernt. Entdecke jetzt Roses und Adams Geschichte. Lonely Heart, der neue Roman von Mona Karsten.